ARD Text im Auftrag von Funk Alles klar, du trägst das Zeug rein? Ich nehm's Cash. Ganz einfach. Alter, werden wir da Scheiße bauen? Das scheiß ich mir nicht gleich ein? Wir spazieren rein in den Laden. Drei Stunden später können wir schön chillen mit dick Scheinen am Sack. Weiß ich mal. Ist mein Business, wenn du mich fragst. Ist leicht gemachtes Cash. Ja! Komm her! Was bist du für einen hässlichen Motherfucker? Ja! Ah! 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 Vielen Dank.